Well, Cuphead und his Palbuttman, they like to roll the dice, by chance they came on Devils Game, and gosh, they paid the price. Ja, aber was sollen wir als nächstes machen? Also, wir gehen hier rein, keine Ahnung, hat sich lecker aus. Okay, warum ist von Bonbon in Peckes-Konfekt? Keckes-Konfekt. Du musst drücken. Du musst drücken. Ja, klar. So, was machen wir jetzt? Die schnappen wir uns. Wo haben wir alle ihre Seelen in Teufel verkauft? Keine Ahnung. Was? Hier geht's. Au! Der Muffin-Mann! Alter. Ich mag Marvins, aber nicht wer der mir umbringt. Ich bin schon tot, ey. Was? Siehst du nicht, die Spur, die er da aufstampft? Nee. Das darfst du natürlich nicht drauf gehen. Ah, Bonbon-Mann! Äh, äh, ja. Ich muss schon sagen, wir kommen jetzt ja. Bohnen-Mann! Okay. Ich zerkaue sie und spuke sie aus. Das ist wieder. Mein Standort? Ja. You're out! Hilfe, es ist Pac-Man! Bonbon-Man, meinte ich. Ah. 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 Ich hab die Bälle, bringst du dich durch. Ich hab noch mal. Und du bekommst gar nicht meine Super und so voll. Mein Gott! Ja. Bommung, das behindert irgendwie mehr als es hilft. Hä? 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 Oh man! Da sind wir ja nur im Kreis laufen. Da warte ich mir klein. Schokolade. Das ist eine Waffel. Okay. Ja okay. Ich habe irgendwie noch nicht wo man hier überall sicher ist. Oh. Oh. Naja. Oh nein. Ich komme direkt vom Eisen. Bin zu heiß zu antreten. Oh. 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 schmeckt aber lecker die hirnflüssigkeit naja die sapel naja maul halten ohne mann als unsicher war ja ja als uns das ding sehen nein nicht der muffin mann doch nein du bist so ich bin lecker fies und schmackhaft lecker verstehe aber nicht wie man sich bei dem spiel so aufregen kann man ständig stirbt ja man stelle ich denselben fehler macht ja aber irgendwann kriegt man das doch aus oder macht immer dieselben fehler so wie der hier aber irgendwann geht es doch irgendwann geht es nicht der war wenn man nein das ist nicht gut das war sie hat sich mit dem so klar wir müssen nur diese vier verschiedenen phasen ja schaffen ja bis es dann bis es dann hier an den kragen geht da muss da oben ausgerechnet einer noch stehen ich dachte ich werde auch voll gut ausweichen jetzt kommt jetzt kommt gut umgealbert ja nicht der bonbon man kaputt gemacht das ist kein grund gleich sauer auf uns zu sein ja nur jetzt beinahe schon mehr in den reingefallen das ist ja nicht der mann ich kenne bald wenn ich da mache da war doof ich lasse doch nicht einfach so sterben nein 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 mir blieb war jetzt sie also ich war keine ahnung die macht werft ihr kopf nach dir vorsichtig das rad kannst du parieren weil ich sage es mal unverblümt du hättest keine chance bisschen gehirnflüssigkeit jetzt geht es wieder besser ich bin auch noch getrunken von dem siehst diese spur nicht möglich ich denke ich dachte ich wäre außer reichheit aber nein kommen die dinge so auf mich mein laufbohle mr waffel nein der schockgewerf wird wie kann ich sagen was wir doch nicht einfach so sterben ich habe fünf dinge hat jeder durch drauf lehne nein du musst sie treffen nicht das schloss war aber etwas drin was ist gerade pariert jetzt mal wollte ich hat rad parieren ich bin untergefallen von dem beim welt muss ich zu nahe rangehen ich über die normalen sollen wir nicht noch mal eben neu starten ja ich warte gehen erst mal zurück zu karte ich möchte ja meine ausrüstung verhindern sie sagen wie sie grinst ich nehme das herz aber eigentlich nichts anderes du kannst auch deine normale wochen kannst du auch verändern da will ich aber nicht nur damit weiß ich verstehe wenn ich war das soll irgendwie ich tue euch doch sowieso alles treffen mit den dingen ja 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 was bringt mir an höhere reichweite ich habe jetzt statt drei mein leben habe ich jetzt vier aber ich habe weniger an das kraft wochen weg was ich weiß was ich mehr mag wenn wir bei das ist lecker da bin ich weg ich ging dann mal sein planeten auch richtig ja so wollte ich nicht da schaffst du schon ich glaube man nicht kommen ja 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 ich würde nein waffel ich mag waffeln ja ich habe sie zu futtern gern dagegen noch noch eine phase so schwer wenn man weiß wird ja da kommt wieder so eine bühne bohle von ich kann jetzt schon schaden machen wenn ich schon schaden machen nein anstatt um die zu konzentrieren wir uns direkt um sie kümmern keine gummi gummi ist nicht gut das da einfachste ja also auch jeder waffel mein gott ist auch nicht so schwer wie auf dem oder landet ja da ist zum beispiel einfach jetzt immer diese kleinen boden irgendwie die mich am meisten nerven kommen wir mitten außen nichts und dann treffen die mich und die bohne parieren nein der machen mensch dank genau die bohne her das bringt das ist mein weg das herausfinden nein nein eigentlich ist ja das was die zwei herzen sie wird ihren kopf du schaffst du schon ich glaube an dich hoffentlich 9 ich habe keine karte mit dem mann muss da kommen wir sind jetzt ganz richtig sind sogar so in dem war auch hier das lila ja ja okay da war schon tot und wir sagen okay der ist auch wohnen nein kein kessel doch naja kommt diesmal ohne mister waffel das ist waffel man da ist die gerade untergebracht also was ein zweites mal gegen die ich habe der kopf kommt diesmal schaffen wir müssen das doch jetzt mal schaffen ja du lebst doch was auch mit gekillt ja damit in tp wird auch nicht ich glaube nicht das spiel irgendwie einfacher wird oder hat für irgendwie besser ich glaube nicht also einfacher will es nicht ist vergisst kann nur besser werden koppelt und einbaus kommt schon kappel warum es von bonbon sehen sie in vertrag den stich mit jetzt nach oben um trotzdem wo meine gehirnflüssigkeit ist jimmy der große in pyramiden gefahr einer mit dem erschaffen ich habe keine ahnung jetzt schon sagt es und dann kommt er gleich auf die fresse aber irgendwann gewinn war ja irgendwann irgendwann ja wir gehen die nix kaputt geiler effekt kollege wenn ich sogar ist das klappi bürtt ok nächste phase der genie vierte phase ich habe ihn getroffen warum nicht weil er auch nach oben und unten schießt du hast wir haben diese phase auch geschafft letzte phase wir haben es geschafft ohne game ober zu gehen ja wir kommen ist ein für unsere leistung 22 minuten ich glaube da schafft man nicht noch immer mal die clowns war jimmy der große wer hier von einem barbershop drehen gehört wenn wir unser viertes betrieb nicht finden klingen wir nie wieder gut sei zu lieb und gibt uns bescheid wenn ihn sehen ok die sind aber traurig ja gleich zu sagen ja 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 was machen wir den nächsten part jetzt mal jemand zum reden ich kriegte nicht es sei denn ihr nehmt eine abkürzung das haben so ein paar bauten letzte woche gemacht okay nur so konnten sie mir bei der attraktion zu vorkommen sagt man könntet ihr mir zeigen wo wir die abgezogen ist das können wenn euch das video gefallen hat dann wisst ihr wie ihr es bewerten könnt gibt einen daumen nach oben na abonniert unsere kanäle ja das wäre immer eine gute idee ja dann sehen wir uns im nächsten paar wieder wenn es heißt koppelt ciao 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 und jetzt sie kämpfen für ihre Leben auf eine Mission mit der Drehung und wenn sie aber nicht weitergehen dann die Däver nehmen sie ihre Hände Vielen Dank.